Der einzige Weg Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Matthäus 7, Verse 13 und 14 Ein Prediger und seine kleine Tochter begaben sich vor langer Zeit auf Reisen und benutzten dazu ihr eigenes Fuhrwerk. Ein anderes Fahrzeug stand ihnen nicht zur Verfügung, und zudem gab es noch nicht in allen Teilen des Landes Eisenbahnen, und dem Prediger lag eben viel daran, ein bestimmtes Dorf, wo sie übernachten wollten, noch vor dem Eintritt der Dunkelheit zu erreichen. Als aber die dunklen Schatten sich immer länger zogen, wurde ihm bange, er könnte den falschen Weg eingeschlagen haben. Er hielt daher sein Fuhrwerk an, rief einen Jungen herbei, der auf einer Wiese neben dem Weg Heu machte, und erkundigte sich bei ihm, ob er auf dem rechten Weg nach Milbank sei. Milbank ist mittlerweile eine Kleinstadt im Bundesstaat South Dakota in den Vereinigten Staaten von Amerika. Nein, mein Herr, war die schnelle Antwort. Milbank liegt westlich von hier, und Sie fahren gerade nach Osten. Oh weh, aber wie komme ich denn jetzt auf den rechten Weg? Da müssen Sie wenden, mein Herr, und erst einmal eine Strecke durch den Wald fahren. Dann kommen Sie auf einen Feldweg, der Sie schon richtig hinführen wird. Er ist ziemlich holprig, aber es ist der einzige Weg von hier nach Milbank. Könntest du wohl ein Stück weit mitkommen, bis wir uns nicht mehr verfahren können? fragte der Prediger. Es wird spät, und mein Pferd ist müde. Ich möchte lieber den Weg nicht noch einmal verfehlen. Ja, gern. Es macht gerade nichts aus, wenn ich mitkomme. Und damit setzte der Bursche mit einem geschickten Sprung über den Zaun, während der Prediger auf dem Fuhrwerk Platz für ihn machte. Der Junge mochte ungefähr 16 Jahre alt sein, hatte ein angenehmes Aussehen und zeigte in der Unterhaltung schon bald, dass er auch aufgeweckt und gut unterrichtet war. Er gefiel dem Prediger sehr gut, und bevor sie sich trennten, sagte er freundlich zu ihm, Mein Sohn, nun hast du mir den Weg nach Milbank gezeigt. Erlaube mir jetzt zu fragen, ob du auch den Weg zum Himmel kennst. Der Junge lachte und meinte, Ich habe noch keinen Grund gehabt, mich danach umzusehen. Ich reise ja im Moment auch noch nicht dahin. Aber du kommst jeden Tag deines Lebens näher dahin oder aber an einen anderen Ort, nämlich zur Hölle. Es hängt dabei ganz von dem Weg ab, den du einschlägst. Nun, im Allgemeinen versuche ich, hübsch auf dem geraden Weg zu bleiben. Wenn es nur irgendwie geht, versuche ich, das Richtige zu tun. Niemand kann aus eigener Kraft nur immer das Richtige tun, erklärte der Prediger. Wenn wir es könnten, so hätte Jesus Christus nicht für uns sterben müssen. Er ist der einzige Weg zur Seligkeit, genau wie dieser Weg, den du mir gezeigt hast, der einzige Weg zum Ziel meiner Reise war. Ich habe ihn eingeschlagen, auch wenn er holprig ist, weil ich das glaubte, was du sagst. Und nun glaube du auch, was ich dir sage. Jesus Christus ist der einzige Weg, durch den ein Mensch den Himmel erlangen und der Hölle dem ewigen Verderben entfliehen kann. Es ist aber im Gegensatz zu diesem eingeschlagenen Weg ein gebahnter, schmaler Weg. Suche und finde ihn schon in deiner Jugendzeit, mein Sohn, und möge Gott dir dein Suchen gelingen lassen. Die Wege der beiden trennten sich hier. Der eine betete im Herzen, dass das Wort, das er gesprochen hatte, zur rechten Zeit gekommen sein und eine Seele zum Heiland führen möge. Der andere ging mit dem sorglosen Gedanken weg. Ach, er ist ja ein Prediger und darum muss er in dieser Weise reden. Aber es hat nicht so eine große Eile. Doch trotz dieses Gedankens verfolgten ihn die Worte des Predigers. Jeden Tag deines Lebens kommst du dem Himmel oder der Hölle näher. Christus ist der einzige Weg zur Seligkeit. Der Bursche versuchte, diese Gedanken loszuwerden, indem er seinem Vergnügen nachging. Aber beim Spiel und bei der Arbeit verfolgte ihn stets der Gedanke, Wenn ich mir vorstelle, ich könnte schon diese Nacht sterben, während ich den einzigen Weg zum Himmel noch nicht gefunden habe. Endlich brach er in sich selbst zusammen und kam zu Jesus mit dem aufrichtigen, demütigen Gebet, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und der treue Heiland, der jederzeit bereit ist, alle anzunehmen, die mit aufrichtigem Herzen zu ihm kommen, führte ihn auf den Weg des Friedens. Jahre später, als der mittlerweile junge Mann ein treuer Arbeiter Jesu geworden war, traf er den Prediger wieder und dankte ihm für seine rechtzeitig gesprochenen Worte, die ihn bewogen hatten, den einzigen Weg zur Seligkeit zu suchen und zu finden. Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6 Johannes 14, Vers 6 Untertitelung des ZDF, 2020